Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, nachdem unser Mieleinbau-Kaffee-Automat nach 11 Jahren die Grätsche gemacht hat, musste wieder eine Miele her. Da die Einbaugeräte inzwischen ein Vermögen kosten wurde es ein Standgerät. Wie der Zufall so will steht gerade ein Generationswechsel bei Miele an und da gab's dann den Vorgänger zum Schnäppchenpreis. Optik, Haptik und Sensorik sind auf gewohnt hohem Miele-Niveau. Was mir wichtig war, ist die einfache Bedienung des Milchsystems. Das ist absolut gelungen. Die meisten Teile lassen sich sogar im Geschirrspüler reinigen, klasse. Das Problem mit so kaltem Milchschaum konnte ich bisher nicht nachvollziehen. Wie Chiteky ist es halt immer schön die Gläser oder Tees hin vorzuheizen, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Das einzige was noch nicht 100% optimal ist, ist die Schichtung des Latte. Aber das liegt sicher an den Einstellungen, die ich in den nächsten Tagen noch optimieren werde. Schließlich kann man bei der Maschine diverse Kriterien individuell einstellen. Jetzt muss sie nur auch wieder 11 Jahre halten. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.